Hallo alle zusammen, ich heiße Halil, ich bin Türke. Heute ist es mir wichtig, euch mitzuteilen, was uns und unsere kurdischen Brüder verbindet. Zu lange leben wir schon zusammen, als dass man uns voneinander trennen könnte. Wir sind wie zusammengebunden. Medien und Politiker wollen unsere Situationen besser zeigen, aber unsere Situationen weiterentwickeln. Die Medien und die Politiker beeilen sich, das Klima zwischen uns zu dramatisieren. Aber wir lassen es nicht zu, dass man uns zum gegenseitigen Zerstören antreibt. Wir sind uns bewusst, dass der aktuelle Konflikt nicht den Kurden und auch nicht den Türken nützt. Der Einsatz von Waffen nützt hauptsächlich den Waffenhändlern, aber kann uns nie den Frieden bringen zwischen uns. Die Türkei ist wie ein Leib, bestehend aus Türken und Kurden. Wenn man einen von uns beiden zerstören versucht, ist das, wie wenn man sich in das eigene Fleisch schneidet. Wenn wir uns um die Mängel des anderen kümmern, werden wir die Harmonie unter uns wiederfinden. Deshalb gehen wir mit dem Kampf, um die Tatsache zu schützen und zu schützen. Darum stehen wir gemeinsam gegen den Krieg und den Terror auf, indem wir unsere Herzen einer für den anderen öffnen. Ich heiße Nachro und bin Kurde. Seit hunderten von Jahren sind wir Gäste auf unserem Land, dem Land unserer Vorfahren. Und wir haben schon immer mit anderen Kulturen und Nationen in Frieden und gegenseitigem Respekt eng zusammengelebt. Besonders mit unseren Freunden und nahen Verbanden, den Türken. Nun bekommt die ganze Welt seit längerer Zeit mit, wie zwischen Türken und Kurden der Hass geschürt wird, um uns zu spalten und gegeneinander aufzuhetzen. Doch mein Herz bleibt offen für alle Menschen. Und ich danke dir, Halil, dass auch du dein Leben eingesetzt hast, einsetzt für den Frieden und für ein gutes Zusammenleben von Kurden und Türken. Vielen Dank. Wir Kurden haben uns im Laufe der Zeit eingesetzt gegen Hass, Feindschaft und Ungerechtigkeit. Doch anstatt dieses Opfer anzuerkennen, nannten uns die Regierungen gesetzlos und Gefährder des Landes und der Zwietracht schuldig. Die Regierungen sind sehr kurz und sehr, sehr, sehr scientifisch. Ich glaube, die Regierungen sind sehr, 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 sehr wichtig. Wir wissen, dass die Politik und die sich selbst Elite nennen, nicht wollen, dass Türken und Kurden wie Halil und ich in Frieden und Sicherheit leben. Doch wir haben keine Probleme miteinander. Die Probleme kommen von einzelnen Menschen, die mit Waffen große Geschäfte machen und von engen Nationalisten, die die Existenz anderer Völker nicht anerkennen wollen. Wir sind in Frieden und in Frieden und in Frieden zu leben. Krieg und Zerstörung zu beenden. Dafür müssen wir zusammenhalten. Also freut es mich besonders heute, zusammen mit dir, Halil, auf diesem Laufsteg zu stehen. Und ich bringe es hier mit klar zum Ausdruck. Wir lieben euch Türken als Brüder und Schwestern und werden es immer so halten. Und das sage ich auch dir, Halil, ganz persönlich. Ich liebe dich. Du bist mein Bruder. Mein Freund, ich liebe dich und ich brauche dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich.